Ach, es ist schön, immer wieder mit der Jodlermusik auf Vollgas fahren. Ich mein, ich finde es immer super. Ich bin gerade aus dem Urlaub wieder zurückgekommen. Jetzt wollte ich mir eigentlich eine Wohnung da mieten, aber ich habe noch ein bisschen Zeug da hinten wieder drauf. Jetzt wollte ich mir eigentlich zur Bank da hinfahren. Zur guten alten Bank. Wo bin ich denn da? Da ist ein Parkplatz. Ein Parkplatz kann ich immer nehmen. Oh, da ein bisschen parken. Das passt schon. Okay. So, da ist ein Liener ins Auto. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Das ist ein bisschen fein. Ich glaube, ich kann da rein gehen. Neu eröffnen. Ich glaube das heißt neu eröffnet. Also, ich wollte mir ein bisschen Geld hier noch schnell mieten. Ein bisschen Geld nehmen. Neu eröffnet. Was ist denn das? Ist das echtes Geld? Ist das echtes Geld? Ich glaube ich der Park ist nicht mehr. Was ist denn das? Hallo? Ja, Servus. Wer sind sie? Ich bin der Banker. Was willst du? Jawohl, ich bin der Banker. Bei mir können sie Geld abheben. Gib mir alle dein Geld. Gib mir alle dein Geld. Was ist denn da? Bank? Gib mir alle dein Geld. Gib mir alle dein Geld. Gib mir Geld. Bank Namen. Ich will Geld. Ich brauche einen Account Namen. Ich will Geld habe ich gesagt. Was mir gleich das Geld gibt. Ich brich ein. Ich sag's ja. Was ist das Passwort? Ich habe gesagt Geld. Ich kann ihn an Schwitzer Kreise abheben. Was für ein Schwitzer? Ich bin Österreicher. An Schwitzer Kreise. Geben sie mir alle ein Schnitzel was abheben. Alles was abheben. Komplettes Passengeld alles. Ich bin der Banker. Was ist ein Cheese Wheel? Was ist das? Was ist das? Das nächste Mal ich kein Geld gebe. Ich sag's dir. Ich brich ein. Ich kann kein Geld geben. Ich brich ein. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich brich ein. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich brich ein. Ich sag's dir. Ich weiß nicht was das für eine Bank ist. Ich meine. Ich kann dir kein Geld anheben. Das ist ja. Höchste Priorität. Bei der Bank. Oh egal. Äh. Da vorne ist glaube ich mein Hotel. Äh. Hallo. Haha. Hallo. Hey wer bist denn du? Nein 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 nein. Mein Auto. Nein nein. Ich glaube. Ich glaube mein Auto ist gar gestohlen worden. Haha. Brumm brumm. Ich. Ich. Mein 1000 Euro Party wohnen da hinten. Oh nein. Okay. Äh. Okay. Jetzt einmal glaube ich mit meinen. Tschüss. Ich will. Okay. Einmal da hin. Hoffentlich. Was ist das? Wo ist das? Oh. Ich unterpack mein Leben glaube ich nicht mehr. Äh. Ich glaube. Da habe ich meine. Ich glaube das hat so ausgeschaut auf den Webseiten. Ich glaube da habe ich mir meine. Meine Wohnung da gemietet. War. War da gerade ein Schneeball? Was ist das für Auto? Kuh hast mich gerade angeschlossen? Oh. Wer bist denn du? Hallo. Servus. Ich meine Wohnung da. Hallo. Hallo. Ja mei. Wer bist denn du? Ich wollte meine. Ich habe meine Wohnung gemietet. Ich habe meine Wohnung gemietet. Ja mei. Der ist geschlossen. Wo war es für geschlossen? Ich habe meine Wohnung da gemietet. Ja mei. Ja. Unsere Wohnung sind schon vergeben. Na. Ich habe eine gemietet. Komm. Am Mieten? Sie haben eine Mieten? Ja. Ja. Ich habe eine Miete. Komm uns mit. Ja. Fußball. Was für Fußball? Fast hast du eine AG hinten drinnen. Fußball. 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 Ich habe einen Käse zum verkaufen. Alter. Alter Mieter. Zahlung zu fähig. Fußball spielen. Hier drin. Fußball. Ok. Kuh Stavo. Ich glaube. Ich glaube. Das ist ein Kuh Stoll drinnen. A Kuh. Kuh Stavo. Schau mal. Wo ist das Geld? Ich habe. Ich habe. Ich war gerade bei der Bank drüben. Der versteht nur Käse. Ich habe einen Käse. Da. Wohnung ist reserviert. Ok. Danke. Ja. Tschüss. Ich mache Geld. Der Banktyp. Okay. Da muss alles was ich habe. Ich habe nicht mehr. Ich brauche. 900 Dollar. Ich. Ich. Der Banktyp. Der versteht nur Käse. Da haben wir noch Käse gegeben. Mitkommen. Ok. Oh. Ich. Na. Ne. Ne meine Wohnung. Ich brauche eine Miete. Sonst können sie nicht einziehen. Ich sage es dir. Übermorgen ist die Miete da. Ich sage es dir. Die Miete. Ich brauche eine Miete. Ich sage. Ich verspricht das. Ok. Ich. Ich habe gesagt. Ich brich. Ich habe den Banktyp noch. Kommt sie auf wenn sie eine Miete haben. Eine Miete. Oh. Oh. Ich. Ich. Ich glaube ich brauche eine Miete. Eine Miete. Was ist denn da? Ich glaube. Ich glaube der weiß es nicht. Ich glaube. Ich glaube ich. Ich glaube ich. Franzl. Ja dann wollte ich sagen. Ihr sitzt jetzt glaube ich. Meine nähere Wohnung da. Die da drüben. Da steht denn irgendwie reserviert. Die ist eigentlich ein Drei Sterne Hotel. Ähm. Das war eigentlich reserviert. Aber der hat das irgendwie zugebaut. Warte ich glaub ich bleib da einmal, hallo? Hoi! Ah, servus! Hey mein, mein, meine Wohnung! Ha! Hoi! Ich glaub da ist gerade meine Wohnung rein, aber egal, ich hab da eh nix drinnen, also äh... Ich glaub da ist da gerade eingebrochen, aber ich glaub, ich glaub da ist gerade meine neue Wohnung da, äh... Was für ein Hoi? Ich glaub da ist da, zur Sektung oder wo... Hey! Nehm, nehm meine Wohnung! Hoi! Ich seh ich gerade, hast nicht so ein schöner Ausblick da? Gibt es ein Polizei-Auto? Äh, ich glaub der zersägt da vorne ins komplette Gebäude gerade. Äh, was denn da? Ein schönes, ein schönes Boot. Ähm, was denn da da? Äh... Ah, lol, ok, ok, da ist... Da ist ein, ein schöner Busch. Okay. Aber ich, ich hab gerade gemerkt, ich hab da noch ein schöner Toiletten, aber ich glaub ich kann nochmal... Oh, schönes Logi! Äh, da hab ich noch ein Toilettenpapier... Ähm, genau... Der hat ein paar Glocken. Ah, nicht lesen, schreiben können... Hallo? Fussball! 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 Elfmeter, Alter! Was für elfmeter? Richtig krass! Elfmeter! Jetzt machen und dann... Hallo? Äh... Fussball! Äh, ich glaub... Alter, der spielt Fussball! Ich glaube... Na, der hat... Na, der hat... Ist das kein Fussball-Event? Nein, das ist kein Fussball-Event. Okay, Fussball! Haben Sie... Äh, ich muss Sie... Haben Sie... Ich muss Sie kurz befragen. Ja, ja, was ist? Was geht auch? Wir suchen einen Typen, ähm, mit einem Schnurrbart. Äh, ja, Schnurrbart. Äh, Schnurrbart... Miau, okay. Können Sie kurz Miau für mich rückwärts buchstabieren? Äh... Uweim?! Auch... Uweim?! So ein Typen, der trägt nicht oft T-Shirts. Eine Latzhose. Ähm... Schnurrbart. Viel... Behaarung. Äh, ich glaub, ich kenn doch keinen. Ich hab noch nie angesehen. Dann geben Sie mir Bescheid. Aber wo... Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ähm, Area 51. Oh. Äh... Äh... Einfach in die Wüste. Okay, okay. Handlos Gefängnis. Strasse 1. ich hab verstanden ich glaube der typ hat aliens und alles der wohnt bei der area 51 oder 41 oder was auch immer das ist haben die da irgendwas da da ich sehe gerade ein fremster ein gutes fenster ich sehe gerade ist das da irgendwo ein kinofilm da sind die ganzen exo exoxist genau ich wollte noch schnell mit dem vermieter aber schon warten so warten sie mal hallo leute willkommen zu ich glaube ich glaube der typ war gerade so genannte youtube youtube-macher-videomacher ich glaube und der andere typ ich glaube der andere typ der hotter irgendwie die den suchen die polizei ich glaube und die area 51 typ joker anung verkauf aber ich glaube es sind doch nicht alle zum verkauf was nicht 33 69 ich glaube das ist 30 90 kurze area 51 ich weiß selber nicht aber ich gehe mal wieder in meine häuslein in mein gutes altes simmeri du hallo ha guten tag wollen sie ein konto anlegen ich habe gesagt ich brich bei ihr ein habe ich gesagt wollen sie ein konto eröffnen wir haben ein stadtgut haben ich habe gesagt ich habe gesagt ich brich bei ihr ein wenn sie mir kein geld geben sie haben doch geld nicht, gib mir das geld, gib mir das geld da müssen sie ein konto eröffnen wir eröffnen ein konto da kommen sie mit, da machen wir ein konto mit einem passwort was für ein konto mit einem passwort, ich will kein konto mit einem passwort ja das können sie eröffnen, da können sie geld drauf ja geld drauf lagern, das kann ich ich kaufe sich viele schwitzverkäse, ganz viele ich habe eh schon einen konto vergeben, aber ich will kein konto eröffnen ich will kein konto eröffnen ich glaube der typ der sagt nur mit so leid, konto eröffnen, konto eröffnen der hat auch schon sauber in kompletten gesicht ich glaube der doc, ich glaube er ist ja erstmal zu stressig mein auto wurde gestohlen, der typ will mir ein konto eröffnen, ich weiß nicht ich glaube ich lege mich mal schlafen ich will mir jetzt laufen